Wir haben mehr Fans im Stadion und die Mannschaft unterstützen können. Wir wissen, dass es ausgeglichen ist, dass wir 0-0 gespielt haben im Hinspiel, dass einige auf beiden Seiten Tore hätten fallen können. Unser Ziel muss sein, dass wir morgen noch mehr Intensität auf den Platz bringen, dass wir mit der Unterstützung der Fans natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen, um dann ins Finale aufzusteigen. Und das wäre nach dem letzten Jahr, wo wir das Finale erreicht haben und gewinnen konnten, wäre das natürlich ein Riesenerfolg. Und das müssen wir anstreben und dementsprechend alles dafür geben, damit wir dann das Spiel gewinnen können. Vielen Dank. Und das war natürlich ein Unterschied. Wir haben im Hinspiel auf Kunstrasen gespielt. Das war jetzt die eineinhalb Jahre, die wir hier sind, war das für mich jetzt auch das erste Mal, dass wir da gespielt haben. Es ist auch für die Spieler natürlich eine Angewöhnung. Und wenn du jeden Tag auf diesem Platz trainieren kannst, ist es natürlich ein Vorteil, dann auch so zu spielen. Und ja, das Spiel ist nur Null ausgegangen. Also das heisst, theoretisch, wenn sie ein Tor schiessen, dann müssen wir zwei erzielen. Also ist das vielleicht ein kleiner Vorteil für sie. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen zu Hause. Wir haben starke Fans in unserem Rücken, die uns pushen. Und wir haben Spiele mit sehr viel Erfahrung in solchen Spielen. Und das wird wichtig sein, auf den Platz zu bringen. Und dementsprechend, was ich vorher gesagt habe, wir brauchen noch mehr Intensität, als das im Hinspiel war. Und wenn wir das auf den Platz bringen, dann bin ich überzeugt, dann werden wir uns qualifizieren. Das war nicht so. Das war die Das war die Erwartung. Das war die Nr. 0.0. Das war die Nr. 0.0. Das war der Fahnen, der man sich an den Fahnen anbieten anbieten. Das war das ein, dass man sich auf die Erde anbieten kann. Und wie Rami sagte, wir müssen uns in der Kampffung von uns zu verabschieden. Wir müssen uns auf die Eingang mitnehmen. Und wie wir in der ersten Zeit haben, wir müssen uns eine große Herausforderung anbieten. Wir müssen uns sehr vieles anbieten. Es sind eigentlich außer zwei Spieler sind alle zurückgekommen und theoretisch sind alle einsetzbar.